Moin moin und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Prop Hunt. Heute mit dabei der Cyberbot. Hallo. Der Snail. Hallo. Der Freak. Jo. Cyrax. Hallo. Der Reaper. Der Maker. Der Maker. Der Maker. Der Maker. Oh. Okay. Und der bunte Hase. Hi. Wo ist der Maker tot? Gut Cyrax. Gut. So. Wie komme ich denn in diesen Fassraum? Ah okay. Da bist du schonmal okay. Ich weiß nicht. Was möchtest du spielen? Pokémon. 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 Oh Gott. Loll. Ich hab die Tür mal zugemacht. Weil hier drin ist einer. Glaube ich. Aber hier ist alles schon kaputt. Ja. Also hier war kein gar nix. Ja. Hier irgendwo mit den ganzen Kisten. Warte. Ich bin keine Verletzung beim Dino. Ist das normal? Ne. Da rein kann man nicht oder? Ja. Den Dino kannst du nicht verletzen. Ja. Den Dino kannst du nicht verletzen. Irgendwo hier drin ist doch einer. Ja. Glaub ich auch. Alter. Der läuft. Der läuft. Der läuft. Hier Freak. Hier ist einer reingegangen. Wo denn? Ey. Was war denn der? Wie geil. Ernsthaft jetzt? Hast du was? Also hier ist gerade einer reingegangen. Pass mal auf. Ich schieß mal hier weiter. Ich schieß mal hier weiter. Punkt. Gleich ist er tot. Hier steht normalerweise. normalerweise. Ach ne. Das ist der Raum daneben. Da 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 da. Das Baby oder? Das Baby. Das Baby. Das Baby. Hier drin hab ich. Hier drin hab ich Cyrus. Was war es denn? Weißt du auch nicht ne? War irgendwas kleines. So ne Dose oder so. Dose. Oh mein Gott. Zu gut. Alter. Zu gut. Du hast überhaupt verfolgt. Warum geht hier alles kaputt außer dieser Tisch? Oh mein Gott. Das war echt zu gut. Warum geht alles kaputt außer dieser Tisch? Und nach wo kann du bist gemein. Immer ich. Menno. Vor allem immer du gleich als erstes. Also ich war zuerst ne kleine Tür. Alter. Ich hab mich dann blödeweißen Tisch verwandelt. Ich hab dich in den Stuhl nehmen. Ich auch gerade. Das ist nicht gut. Das ist sehr gut. Ich kann mich nicht bewegen. Das ist gar nicht gut. Oh Gott. Oh mein Gott ich muss hier weg. Nein du bleibst dort. Ich will nicht. Aua! Nein 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 nein! Ich seh dich nicht. Nein. Lol. Hauptsache am Ende noch ein Auto. Rache ist süß. Ja ich kann mich nicht bewegen. Das ist scheiße. Das macht keinen Spaß so. Oh. Ja 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 der Freak ist dead. Toll. Was ist das? Ja ich sag ja ich kann mich nicht bewegen. Das ist scheiße. Ja ich wollte dich gerade wegporten. Na gut. Das ist ne Kackrunde. Ich muss die Filme nehmen. Das ist scheiße. Woll. Wo war der? Wollt. Wo war der? Er war die Tasche die da in den Raum nicht rein gehört. Ich habe gerade den Feldern wenigstens auf, habe ich gedacht. Nein, ich komme hier nicht hoch. Du da hinten. Ich brauche doch nicht. Verdammt. Passt gerade zu meinem Bild, was ich hier habe. Hier steht noch einer rum. Kill ihn. Aber er hat sich noch nicht mal verwandelt. Ist er auf K? Wer ist das? Ich sehe den Namen nicht. Maker? Maker ist es. Soll ich ihn abknallen? Ja, Pech. Wer auf K ist? Okay. Wer auf K? Wer auf K? Wer auf K! Wer auf K! Wer auf K! beim schreien hallo bisschen props verdammt nochmal, wir müssen mal leben ihr habt Waffen, wir nicht, wir müssen schreien ja, wieso die Ohren bluten oder wie ja natürlich, bis ihr vor Ohren bluten umgefallen na, funktioniert ab und zu, ab und zu nicht Schmeiß eine Handgrenate, komm, schmeiß eine Handgrenate hallo ich bin ja mein Bestes du weißt, was du davon hast, ist das schön du weißt, was du davon hast, was du davon hast Er ist nicht mehr das Fass. Ich glaube, er ist das Fass. Nee. Er muss ein Geräusch machen. Danke. Hab ich doch lange überlegt, was für ein riesiges Ding ist. Das ist ja auch cool, der Ding. Das Problem ist, du hattest Einschusslöcher. Wir haben dich die ganze Zeit gesehen, welches du warst. Ach so. Ich wollte es nicht vor allem verraten, dass du Einschusslöcher hast. Meinst du, wie lustig das gekommen wäre, wenn er alle nasenlang sofort einem Fass zum nächsten gesprungen wäre? Ah nee, das weiß ich nicht mehr sein. Das fehlt irgendwie noch so Parasite oder sowas in der Richtung. Wo man von einem Prop zum anderen springen kann. So, ja, stimmt schon. Wo man sich nicht in Props verwandeln kann, sondern dass du irgendein Prop infizieren kannst. Ey, neul, was bin ich? Reaper, ich häng fest. Oh, ich auch. Raus. Raus. Ach so, er hängt hier fest. Raus. Ja, raus. Alle raus beim Dino-Husch. Ja, die nicht so blöde sein. So, er hängt fest. Ich. Ich. Okay, Nater, ich. Ich häng doch immer fest. Äh, bist du das, wo er hier festhängt, wenn ich ihn gerade angucke? Nein, hier sind nicht. Guck mal, hier sind einige Sachen. Kannst du dich in das nachfahrenden? Nein, ich kann mich auch nicht bewegen. Das ist jetzt doof. Also, mehr kann ich jetzt auch nicht machen. Da ist wieder der Endschuss. Was sei denn? Moment, warte mal. Lass die Kisten in Ruhe. Lass meine Kisten in Ruhe. Deine Kisten. Ja, gleich bin ich hier draußen. Geht's? Ja, aber ich brauche irgendwas zu verwandeln. Das wäre jetzt schön. Ja, das kann ich dir jetzt nicht besorgen. So, muss ich sonst noch jemanden? Also, ich packe auch fest. Das ist doch draußen. Das ist Freaks Musik, ne? Ja. Halt, ich würde mit dem Handy gerade an meinem Mikrofon, weißt du? Mehr wieder. Oh, ich glaube, jetzt hängst du ein bisschen tief, oder? Aber ein bisschen hoch. Oh, der Vorka, sehr gut versteckt. Nicht so lange ich dich finde. Nein, kannst du dich bewegen? Äh, nein. Ah, es ist oben. Es ist oben. Es ist oben. Hey, hier oben geht die Tienschau. Oh. Gleich aufbrechen. Oh, man kann die kaputt schießen. Autsch. Das macht Schaden. Nein, nein, das macht Schaden. Das meine ich. Cyberbot ist auch ganz geil. War noch nicht mehr. Gut, gut. Ich kriege ich jetzt nicht befreit da oben. Okay. Ich gebe alle Dinger um. Äh. Ich verstehe es nicht. Lassen. Wo ist es? Ja, unterliegt. Cyberbot. Lampe aus. Lampe aus, Cyberbot. Der ist hier. Nein. Ah. Nein. Also, bei dir konnte ich nichts machen, Snape. Egal, wie ich dich hingeportet habe, du warst, hingsfest. Okay. Löder Hänger. Ja, wo ist Cyberbot? Kommt von nebenher noch die Musik oder ist es noch von Navocca verpackt? Es ist noch von Navocca verpackt, oder? Hier war gerade neben ein Geräusch. Ich war jetzt schon hier drinnen. Aber vielleicht ist das hier drinnen irgendwo. Maybe. Maybe not. Oder hier draußen bei den Autos. Kann auch sein. Aber hier ist er nicht. Ich habe hier alles. Irgendwo hier drinnen versteckt. Nein, Jemen. Du warst auch Schaden. Ah, der war das Ganze. Wow. Du warst der Letzte. Das kann ja nicht wahr sein, Alter. Immer vorhanden bin ich in irgendeine Scheiße, die das Junge festhängt. Ja, warum nehmt ihr auch immer so riesengroße Teile? Warum nehmt ihr nicht viele Dinger? Ja, ich war auch drin festgestellt, weil ich nur die Flasche wort und das ist ein ganzes Teil. Ja, aber weh nach. Oh, der Tipp ist so. Wie kam denn das Neue eigentlich nach da oben? Der hing bei mir in der Höhe zum Beispiel. Aber dann hat er mich versucht hoch zu teleportieren. Achso. Ich habe mich zu teleportieren. Ich kann mich hier nicht verwandeln, super. Nell, Hallerei. Der Hase verwandelt sich nicht. Ja, oh, da ist der Hase. Der ist jetzt am Tisch. Ja, ich bin so schön. Geh mich doch sofort das Erste. Ach, geht mich. Ja, lass den doch einfach am Leben, wenn er sich noch nicht in irgendwas verwandeln konnte. Nein, nein, ich habe noch drei Live. Jetzt gibt es auch Ben. Ich sage sowieso, jetzt komm, mach das Webdeck. Okay. Please, come again. Achso, warst du schon, ja? Jo. Mach die Türen zu, ja. Hier rennt ne Dose. Das war immer freisig. Den Raum, diesen Raum. Da hin? Habt ihr ihn? Okay, das war knapp. Er ist ja drin. Bei den Kisten. Nein. So redet eigentlich keiner. Auch keiner von den Props redet. Weil ich konzentriert bin. Ja, besser. Aha, mir will zugucken, oder was? So ist dir zu, dir zu. Nee, ich bin... Ach, du lebst noch. Bad boys, bad boys. What you can I do? Hat sich grad was bewegt? Da lebt eine Dose. Wo? 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 Ach, das hier. Da hab ich's die ganze Zeit her gehört. Bin ich jetzt wieder schon wieder der letzte Überlebende hier, oder was? 2 Minuten 20 Leute Nein, 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 Syrex ist... Oh nein Oh nein Los nach oben Los Syrex, Alter, wie soll man dich finden? Erklär mir nichts, ohne wie du das geworden bist, okay? Kann man da in die Tür nicht rein? Was Syrex ist, weiß ich nicht Dahinter ist nichts Oh, dahinter Oh, da kommt ein Fass Wuhuu 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 Please, komm weg, ey Komm wir hin Ey, wir haben 100 plus Sounds Und wir kriegen immer irgendwie diese Ja, ne, voll mies Ich bin ein Auto Ich versteh's nicht Ich versteh's nicht Boah, der hat voll ein fieses Versteck Oh Mann Warn und mieser Versteck Das hört sich an, als wenn das aus der Decke kommt Warn und mieser Versteck zurück Ganz merkwürdig Wuuu Oh mein Gott Oh nein Scheiße, Syrax bist du irgendwo bei mir hier oder was? Nein, das ist doch egal Aber noch 3 Sekunden Und dann Los laufen Los laufen Ja, hui Tschüss Hier war der Mega-Beste Ja, genau Ja, Raketen-Nurfer Grammar-Nurfer hier wieder Ja Ach, komm mal drunter, cool Huiii 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 Alter Holst du ein Reaper? Reaper, der ist weg Ersten Schraubenschlüssel Nein, eine Zange Demzange oder was oder was oder was ist Doch, Schraubenschlüssel Englander Oh Mann Oh Mann Hahahaha 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 Was? Nimm irgendwas mit PH, sowas hier oder so Nein Nimm irgendwas mit PH, genau Gib mir ein Rest rein Nein Nightmare-Haus, das klingt geil Oh, Restaurant Ja, von mir ist auch Nightmare-Haus, kann man auch machen Ja 3 gegen 3, 4 gegen 2, 5 gegen 1 Hahahaha Das ist sowieso egal, wer wo tut, solange ich da unten bei bin Ich bin Admin Hahahaha Ist das ehrlich so? Ja, als Admin überstimm ich alles Und da könnt ihr, da könnt ihr irgendeine Map auswählen, ich nehme einfach eine andere Oh nein, nein Ich hoffe die Map hat jeder Ja Och nö, nicht diese Map, das ist doch einer die ganze Zeit gestorben am Respawn Ich habe sie Ne, das ist glaube ich ja bei Propant ist es ja was anderes Was werde ich denn mal? Ich habe jetzt keine Idee und hast hingeblieben Ich werde mal Hunter Ja Ja Jetzt bringen wir wieder hallo Oh, es bleibt mal Bei mir downloaded ist Pfff, keine Ahnung Aber bei mir auch noch Was sagt der Timer? Keine Rückmeldung Hat jemand einen Timer an? Jaja, ich Was sagt der? Die gab 19 Minuten Auf 19 Minuten sind wir Ja Ja Jetzt so in 5 Sekunden Ja gut Gucken wir mal wie lange das jetzt dauert bis alle drauf sind Hörst du, ich muss Ah ne noch nicht Wollt schon fast neu starten DEMSTMART Ich wollte gerade sagen, hier ist doch an einer runtergesprungen Mach doch kein DEMSTMART Weil die kamen sie nicht hochgesprungen, wenn ihr nicht mal hin wollt Ich bravieren die Leiter in diesem Ich mach euch irgendwie keinen Ton Welche Map ist denn das? Nightmare House Die die wir schon mal gezockt haben? Ja, wir wollten sie mal für TTT spielen, aber hier sind so viele Items und so und keine Waffen Okay, warum hab ich die dann nicht mehr? Keine Ahnung Oh, bei mir scheint das jetzt auch noch was zu dauern Ja, ich bin auch noch im Laden seit 2-3 Minuten Ich auch, ich muss noch mal neu joinen Das geht nicht, ich muss noch neu joinen Gut Dann machen wir es halt anders Genau Was heißt das anders, Mann? Map Change Map Change, doch Runden, ich hätte schon hinterher joinen können Das dauert aber zu lange, wir sind mitten in der Aufnahme So So Könnt ihr das nicht rausschneiden? Nein Nein Oh, so, hoppla Also, ey dann Also, ich könnte noch einen Assistenten gebrauchen, wenn du das gerne machen möchtest für mich Dann wird das gerne machen 35 Videos pro Woche gehen raus, also du kannst dir vorstellen, was das für eine Arbeit wäre Gut, wenn du einen direkten Let's Play machst, dann musst du ja gar nichts schneiden, ne? Die Leute sollen doch auch sehen, dass man auf meinem Ladebildschirm fest drängt Nein, das ist privat Hunter Lade Baci aus Hunter Lade Baci aus Hunter Hey, ich bin drauf Jo, ich schau noch gut rein Und ich sag scheiß, wer ist dat denn? Nee, Fick und ich sind zusammen, nee, Fick und ich sind nicht zusammen, schade Nee Hab ich jetzt aber auch gedacht Du und ich Hm, super Da kann ich gleich selber spielen Hm, hm Ach, ich bin doch gerne ein Arschloch So, wir kriegen Waben Cyrix oder Maker? Wie viel Zeit haben wir jetzt gerade verblabbelt durch den Dings? Äh, wir sind jetzt bei 21.30 Uhr Gut, machen wir drei Minuten länger Ja, wir haben Cyrix! Äh, wie, jetzt? Ach, ach so, ein neuer Team, ja, Cyrix Der Beste vom Team, der beste Mann Warum machst du hiervon nicht mal einen Livestream eigentlich? Ne Ahnung, ich hab jetzt schon seit drei Tagen kein Livestream mehr gemacht Wenn du den PC umstrukturierst Ja Ja, bitte Ja, die Möcke ist auf jeden Fall ganz lustig Ja, gut Musst du noch ankündigen, dass der Livestream kommt Und das ist auch wiederum Zeit Nee, negativ Ja, negativ Ja, negativ Ja, nein, ankündigen heißt Twitter, das heißt Facebook Das heißt YouTube, das heißt alles Wenn so ein mega, mega Livestream kommt Wenn ich mir jetzt 200 Follower geknackt hab, dann kommt dann 24 Stunden Livestream Ich hätte mich halb tot sehen, ja Ich merk schon, du hast schon die Glück Ja, das heißt 24 Stunden lang zocken Ja, Menge Ich hab da Menge zum zocken Außer Garry's Mod, das wird irgendwann langweilig LOL Garry's Mod LOL Disco Garry's Mod Vor allem ist man nach 16 Stunden Garry's Mod auch schon sehr fertig Also 24 Stunden will ich gar nicht wissen Hast du schon mal 16 Stunden durchgezockt oder was? Ja Was hast du jetzt? Oh mein Gott, TTT Ja Also das hab ich nie geschafft, ich hab nämlich nicht mal zwei Stunden geschafft, so regelmäßig so richtig durch Zwei Stunden Ich hab sicher gestern bis zwei Uhr morgens noch Garry's Mods Sandbox gespielt Sandbox macht schon Spaß, die ganze Idee immer in Sachen runterladen Ich füge hier mit die Tast der Streife auf, ich ja Und? Die labern hier und labern die ganze Zeit, aber drücken die Knöpfe nicht Da hoch, kannst du nicht noch ein bisschen zurückgehen? Ich hab den richtig guten Sound erwischt Ich hab den richtig guten Sound erwischt Das ist ein richtig geiler Beat, ne? Jaja Gutes, bei mir ist niemand in der Nähe Doch, Cyberball Du bist bei mir in der Nähe Ja Ich hör deinen Sound voll laut Ja, ich seh dich ja nicht Ne, geh doch nicht Geh nicht, geh nicht, geh nicht Jeder Zocker muss man da durstig werden, kurz da zugreifen, trinken Nichts sagen Ist eigentlich nichts Hä? Cyberball wird jetzt richtig crazy und spricht ingame Sorry Falsche Taste irgendwo Und so Weil die anderen beiden, die hab ich selbst nie gesehen bis jetzt Leben auch nur noch zwei anderen, ne? Ach ne Quatsch, leben wir generell nur zwei Ja, roter Hase und Glühper Wenn ich den Sound hab nochmal F3 drücken, ne oder? Ja Wie meinst du das nochmal? Kannst du einfach Also, wenn du willst, kurz die ganze Zeit Einfach innerhalb 30 Minuten, wenn du maximal noch einen abspielen 30 Sekunden meine ich Äh Eine Minute und fünf Sekunden hab noch Packer easy Ich gehe gleich bewegen Au Ich lege so offensichtlich hier rum eigentlich Ich bin schon Oh oh Es gibt Doppelgänger von dir Das müsste eigentlich jetzt mal rausfinden Oh Oha Hahahaha Naja das war aber, das war glaube ich der Typ von Cyrix, der jetzt das Polen war Nein, nein, nein Ihr Name war das Mein Tipp ist doch nicht so gut, oder? Ich meine das hätte alles sein können Jeder Zocker muss jetzt einfach nur zugreifen, wenn er Durst hat Computer, Flasche Wasser Achtung Hase, der kommt hoch Oh, Cyber Jawoll Also, wenn man ganz genau guckt, dann kann man ihn finden Jetzt hier, genau Ne, er muss ja hier Ne, ich steck Er kann ja nicht machen Ist der dich blöd? Naja Anscheinend fängt die mich eh nicht, also Kannste springen? Kannste springen? Nö Man hört es aber gar nicht Mit der Steuerungstaste irgendwie? Ne, festgestockt Aber wo? Ja Ich wollte in den Keller reinziehen, wenn ich ins Steuerung gedrückt habe Ich hätte auch mal dran denken müssen, dass es noch nach unten ging Ich war die ganze Zeit oben und in der Mittagsamtsucht Naro, was warst du eigentlich? Eine Wasserflasche Wasserflasche, ganz weiße Auf den Schreibtisch Auf den Schreibtisch Es hat mich echt Mühe gekostet, da auf den Schreibtisch raufzukommen Ja, das haben wir gesehen Wie bist du da auch gekommen überhaupt? Übern Stuhl Oha Ja Nach endlosen Versuchen So, Eckstein, Eckstein Ich bin wieder etwas Großes für den Zutaten, wenn ich natürlich wieder verpackt so'n Scheiß Aha Ja, noch kann Rebuyer was machen Äh, nicht da wo ich bin What? Oh nein Das ist so, was ich nicht gesehen habe Ich wollte mich noch da irgendwie reinkriegen Aber ich wollte dir noch Zeit lassen, weißt du, da hinzukommen, weißt ich hab extra daneben geguckt Kriegst du dich noch in irgendwas anderes verwandelt, Hase? Nein, nein, ich hab mich verwandelt, das ist gut Alles klar Boom and shot Wenn man auf Klo spawnen muss hier Ach du hast das, okay Mhm Hm Hehehehe Ich versteh die da vorne Nein Doch, Schnauztrop ging Jetzt sollten wir hier mal genauer hin Fuck Aber ich hab's nehrgekillt Anna wird's Ah, aber ich hab dich trotzdem gekillt Das zähl ich trotzdem Leider Boah, zwei Granaten Oh, wer ist denn hier tot? Oh man, das war, hast du, dass ich bewegt habe Ich bin voll erschrocken Naja, aber trotzdem hast du mich da hinten gesehen, so versteckt Ich hab' geguckt, ich war mir nicht sicher, aber ich hab' geguckt, dann hast du dich bewegt Du hast mich hinten, hast du mich überhaupt nicht gesehen Ich hab' trotzdem geguckt, überall rum, mit die Ecken, die hinter den Kisten, dann hast du dich bewegt Genau dann, wenn ich dich geguckt habe Ich hab's erst die Granaten beobachtet, oder was immer das ist, dann hast du dich bewegt Tyrek, ja Sei mal ruhig, damit wir seinen Sound hören Naja, ich wollt' nur den Nasen beweisen, dass ich ihn ohne Hex gefunden hab Ich höre nämlich grad gar nix Das wisst ihr ja bald wieder Oder wir sind in der Nähe, deswegen traut er sich grad nicht Keller, glaube ich Ich glaub' Keller Nee, ich bin Keller, das ist doch voll leise Nee, 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 warte Du bist nicht viel abgängig, da kann ich mal raus Ja, wo sind denn deine Propsfüße hier? Tja Tyrek, hast du die aufgemacht? Ja Ja Hm, okay gut, das ist normal Nee, die ging zu, hast du die zugemacht? Ja, die ging auch normal alles zu, die meisten Türen Der ist hier nicht drin Komisch Kann auch von hier, oder? Hast du's auch selbst gehört? Weil das ist auch oben, da drüber in dem Raum Nee, da kann man nicht hin, glaube ich Genau Ein Hörsch Der ist rausgerannt, oder? Nee, der ist schon rausgerannt Da kann man den Platz nicht auch nicht hauen bewegen BOOM Du Tür weg Hahahaha Ach, Rippee Na wo, Gott, du bist ein Mende-Wetze, vergiss das nicht Hahahaha Ok Guck mal, hier schon Hahahaha Sontate, bist du die Putze, oder du möchtest hier was zu machen? Da, die Toilettenrolle, sie haut ab! Ich wusste doch, dass es eine Rolle ist Wo ist die? Im Keller, im Keller, im Keller, im Keller Er ist im Keller, er ist im Keller Haben wir nicht mehr nach Zeit Er ist irgendwo im Keller Er hat sich gewechselt, er hat sich gewechselt Hahahaha Nein Nee, 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 nein Hä? Nein Pass auf, dass die Tür nicht aufgeht Ähm, boah, einige Scheiße Kann man auf den explosiven Kanister schießen? Ja Passiert nix Naja, das was man können, aber Er ist hier Er ist hier Hier in diesem Haufen, bei mir Irgendwo hier Irgendwo hier In diesem Haufen Er muss jetzt gleich losrennen, er hat vier Sekunden Tschüss! Na, er rennt raus! Nein, das hab ich jetzt verloren Oh, das geht doch nicht, das ist so helly drüben Kuckuck! Kuckuck! Oh oh Wo ist Kuckuck? Hehehe Oh! Hier knallt's! Wuhuhuhu! Hehehe Au! Scheiße! Hehehe 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 Wie ich mich die ganze Zeit zwischen euch versteckt hab unter dem gelben Schild Hehehe 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 Hast du einen Blog gespawnt? Ich? Äh ja, an dir bin ich vorbeigelaufen und hab mich dann einfach mal in die hinterste Toilette verkrochen und hab mich da versteckt So, letzte Runde? Wie, keiner sagt jetzt schon? Letzte Runde, jetzt ist ein Quiz für euch alle Was? Wieso? Ne, warte mal Hehehe 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 Na toll Rolly 1999 Hä? Warum kann man hier nicht raufspringen? Nicht gut? Ja genau, mach die Tür doch gleich wieder auf Nicht gut Jajaja Hä? Oh, der Schneider toll Okay Hat mich jetzt grad ersthaft ne Gasflasche erschlagen Hehehe 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 Nein, Nase Nein, Nase Nein, Nase Nein, Nase Hehehe 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 Habst du alle n Ernst, dass ich treffe daneben? Also, ja, denke ich schon Hehehe Boah, man hat mich getroffen Hehehe Hehehe Unten Hehehe 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 Heter Oha 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 Ich sag nur Oha Ich schrau mich nicht Granatwerfer zu machen Oha Also Oha bomben versteckt oder was hätte man jetzt ein gehirn nutzen müssen finde ich also wie du andere mitspieler von die immer schön beleidigst finde ich auch selbst beleidigungen aber natürlich wenn da müsste man jetzt hirn benutzen dazu so als ob wir alle doof wären doch wer würde es der beleidigung gewesen sein dann hätte ich mir so unerwähnt und auch beleidigt ausricht beleidigt das wäre jetzt nur spaß da flogen gerade stöckchen pokémon pokémon äh ich bin hier irgendwo ich bin mir mal zu essen pokémon irgendwie ist einer direkt neben mir glaube ich ich höre dich auch glaube ich bin mir aber nicht so sicher ja doch irgendwie ja wo bist du kannst du grad springen ok ich sehe dich nicht falls du springst es ist auch immer ein spiel mit dem feuer du mann 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 ja du bist es lustig roulette ich glaube das wäre ich würde mich von der gasflasche erschlagen da kann doch nichts ja perfekt blab da blumenkopf schluss da ist ach gott es ist eine challenge für euch diese zu finden ja auf jeden fall schön ich bin jetzt schweih hier in der nähe hör doch einfach auf die sounds ist ja auch so wahnsinnig einfach jetzt ne aber das ist echt schwer ich mach auch ein paar mal öfter ja komm mach nur mal oder gib ihnen einfach nen trick oder so kippen ich kann leuchten leuchten aber ganz kurz strahle ok nicht willst du etwas technisches oh ja hier irgendwo wo ich bin oder ach so ich muss mich bewegen sie ist draußen oh leute wo war sie da draußen die leute das lateine posten ooooh dann verwandelt sich ein pylon und dann habe ich erwischt na gut bis zum nächsten mal tschüss tschüss